Wunderschönen guten Morgen Leute, Tyson hier, Fiat Daddy Aesthetics in der Trainingsserie und ja, der erste Moment in der Trainingsserie, wo ich so zurück spreche, im Badezimmer, man kennt es, Münze ist auf, weil Haare ist nicht da und ja, meine Freunde, heute ist OP-Tag, sprich, ich bekomme den Draht raus, bedeutet, ich möchte euch zum ersten Mal mein Gewicht zeigen und zum ersten Mal gucken, wie ich so ein bisschen aussehe, ist allerdings noch keines von den Transformationsvideos, die wir geplant haben oder hatten, weil das Ganze ja erst mit Beginn des richtigen Trainings losgeht, dass wir gucken, wie viel ich wiege, dass wir den Kalorienbedarf uns angucken, wie wir den ausfinden, etc. Ich würde sagen, ich steige einfach mal kurz auf die Waage, wir gucken uns das Ganze mal kurz so an mit Kamera. Okay, ich lege die Kamera kurz einmal weg. 85,6 Kilo habe ich und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Genau, okay. So sieht das Ganze aus und auch hier vom Fett her geht das Ganze klar. Also wir sind KFA-technisch jetzt relativ gut unterwegs. Auch an den Beinen hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Masse ist relativ gut da. Auch Fett ist nicht zu viel. Ja, also in diesen zwei Wochen jetzt hier haben wir einiges gut machen können. Auch der rechte Arm ist jetzt gar nicht mehr so atrophiert gewesen. Also der hatte sich jetzt auch relativ, in Anführungszeichen, gut gefüllt. Und ja, meine Freunde, das ist der Stand, gleich geht es in die OP. In sechs Minuten fahren wir los, sprich, ich ziehe mir jetzt schnell mal was an. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich wollte mit euch eigentlich auch noch das letzte Beintraining abgefilmt haben. Also kurz, ich glaube, ich war jetzt bei 110 Kilo. 6x6, halber Kniebeuge, also sehr gut für die Steigerung in zwei Wochen von Beugen geht fast gar nicht. Auf 110, 6x6 oder in drei Wochen war das eigentlich relativ zufrieden. Ich melde mich jetzt gleich wieder mit ein bisschen mehr auf Dings und erzähle euch so ein bisschen, wie die OP verlaufen ist oder was ich, wie es mir geht, was ich denke. Ob es gut verlaufen ist, ob noch Draht drin ist oder nicht. Und dann schauen wir mal. So Leute, jetzt ein bisschen später am gleichen Tag noch. Die Operation ist vorbei. Hier ist das tolle Stück. Ist gut verlaufen, hier an der Seite, neben meinem Handy da. Liegt auch so in dem Tütchen der Draht, den sie mir rausgenommen haben. Ist, glaube ich, alles ganz gut verlaufen. Der Arm ist noch taub. Ich kann ihn jetzt halbwegs wieder bewegen. Also war örtliche Beteiligung lokal, Anästhesie. Und ja, genau, was ich generell noch sagen wollte. Ich hatte jetzt die letzten Trainings darauf geachtet, dass ich so ein bisschen einen Overreach habe. Also so ein paar Sätze mehr dran gehangen für den Bizeps und den Trizeps. Damit ich jetzt diese nächsten vier, fünf, sechs Tage, die ich halt nicht trainieren kann. Mal gucken, wie lange es dauert. Aber nutzen kann zum Regenerieren und sich das Ganze vielleicht sogar noch lohnt. Tja, in der Zeit werden wir an dem neuen Trainingsplan feilen, der dann ab nächster Woche oder so, je nachdem wann es gut ist, durchgeführt wird. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns direkt zum nächsten Training. Denn, was soll ich jetzt so großartig sagen? Ich werde mich jetzt die nächsten Tage regenerieren. Dann checken wir vielleicht einfach genau den Vergleich ab, wie viel ich jetzt nach den Tagen wiege, wie ich danach aussehe. Und dann geht's los mit dem Training. Und damit herzlich willkommen zur Kniebeugeeinheit nach der Operation, meine Freunde. No excuses, ja. Vier Tage danach ging es natürlich wieder ins Beintraining. Oberkörpertraining ging natürlich noch nicht. Ich konnte die Stange aber so locker greifen, wie ihr es hier seht. Ohne Probleme. Sprich, wir haben die Kniebeugeeinheit natürlich auch durchgeführt. Und die war natürlich noch nicht im neuen Trainingsplan. Auch nicht in der Einführungswoche, weil ja wieder vier Tage Pause waren. Sprich, ich habe so einen gesunden Mittelweg genommen. Ich habe ja mitbekommen, ich hatte schon 110 6x6 gebeugt. Dann habe ich gesagt, gut, beuge ich eben 106x6. Hier könnt ihr auch schon mal so ein bisschen den kleinen Teaser abchecken für die Kompressionshosen, die so ähnlich kommen werden, wie ihr sie hier seht. Ja, die werden noch ein bisschen länger an den Ticken. Ein paar Änderungen noch. Aber die habe ich jetzt im Moment mal so ein bisschen getestet. Und Training als auch die Kompressionshose gingen mir sehr gut rein. Ja, und ihr seht das hier. Wir können jetzt im Voice-Over auch mal ein bisschen mehr auf die Technik eingehen und so. Also mittlerweile wirklich die Fersen circa unter der Hüfte, Beine, isda by the way. Also mittlerweile die Beine haben einiges an Volumen tatsächlich zugewonnen. Und das war ja wiederum hier wieder vier Tage nach der OP. Also, ja, also wirklich, ich bin echt überrascht, was so ein Körper dann schnell wieder da aufs Tablett zaubert. Wie das dann wieder aussieht. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt nicht, sondern um die Technik. Die Hüftbreite, die Fersen, die Zehenspitzen zeigen so ein bisschen nach außen. Das wird sich jetzt auch noch mit der Zeit ein bisschen ändern. Ich experimentiere da natürlich sehr rum, dass ich meine Knie so führen kann, dass sie exakt gerade sind. Dass ich keine Belastung mehr nach außen habe. Sondern, dass ich der Patella eben auch die Möglichkeit gebe, gerade zu verlaufen. Und hier seht ihr das Ganze auch sehr kontrolliert. Ich habe das ab dem dritten Satz, also so vierter, fünfter, sechster Satz, habe ich das Ganze ein bisschen langsamer gemacht. Ein bisschen Pace rausgeholt. Ihr seht das hier, kontrolliert runter. Schön, explosiv hoch, aber wirklich die Negative auch kontrolliert mitnehmen hier. Und ein paar hatten angemerkt, oder was heißt ein paar, einer hatte angemerkt, ob ich nicht ein Buttwing hätte. Jetzt guckt mal ganz genau hin auf den Rücken. Der Rücken ist perfectly straight, aber unten natürlich in der Bewegung, wenn ich nach oben gehe, geht der Hintern so ein bisschen nach hinten. Einfach, um ein bisschen Platz zu machen. Das sind so zwei, drei Zentimeter, die er nach hinten geht. Das ist einfach, weil es anatomisch nicht anders möglich ist, da unten rauszukommen. Aus dieser Beuge-Position. Hinten bei Daniel seht ihr das auch, diese Bewegung so ein bisschen, da zack, nach hinten. Das ist aber natürlich kein Problem. Und das war eigentlich auch schon das Training, 6x6. Im letzten Satz habe ich dann allerdings 10 Wiederholungen rausgeballert. Und das könnt ihr euch jetzt natürlich in voller 1080p-Pracht gönnen, meine Freunde. Und ich sage schon mal Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace. 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 Vielen Dank. You should pull the trigger.